Ja. So. Sie sind gekommen. Mein Führer. Ich... Ist das gut? Setzen wir uns. Ich habe Großes vorgehabt. Mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugutehalten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesalbert habe. Das ist das, was ich fahre. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das ist das, was ich vermutlich. Ich bin froh, wenn dasinfodelt. Ich bin froh, dass ich mich nicht überrascht hab. Natürlich ist das, was ich nicht verraten. Vielen Dank.